Ihre Experten für steuerliche und juristische Fragen. Rechtsanwalt Dr. Andreas Jäger von der Kanzlei Dr. Jäger aus Reutlingen und Rechtsanwältin Silke Kurz aus der Steuerberater- und Rechtsanwaltskanzlei Kurz aus Eningen. Ein wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zu Forum Recht und unserem heutigen Thema, Falschparken mit Folgen. Auch wenn es nicht immer gleich nüppeldig kommen muss, mit dem Verlust der Fahrerlaubnis ist Falschparken doch deutlich teurer, als man meint, von anderen Folgen mal ganz abgesehen. Wir sprechen darüber und freuen uns, unseren Experten und Rechtsanwalt im Studio begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Jäger aus Reutlingen. Guten Abend, Herr Steck. Vor unseren Einspielern haben wir heute folgenden Fall. Volker B. ist Student und stolzer Besitzer eines neuen Autos. Er stellt sein Fahrzeug auf einer mit Feuerwehrzufahrt gekennzeichneten Fläche eines größeren Parkplatzes ab und geht zum Training in sein Sportstudio. Als er nach zwei Stunden zurückkommt, muss er entsetzt feststellen, das Auto ist weg. Doch schauen Sie selbst. Volker B. ist Student und stolzer Besitzer eines eigenen Autos. Auf dem Weg zum Fitnesstraining stellt er seinen Wagen in einer Feuerwehrzufahrt ab. Als er zwei Stunden später vom Training zurückkommt, ist der Wagen weg. Als erstes denkt er an einen Diebstahl. Mit seinem Mobiltelefon ruft er bei der Polizei an. Dort stellt man fest, dass der Wagen nicht gestohlen, sondern vom Ordnungsamt abgeschleppt wurde. Volker B. ist erbost. Jeden Tag stünden dort tausend andere in der Feuerwehrzufahrt und ihn würden sie abschleppen. Doch die Polizei verweist auf das Ordnungsamt. Dort weist man ihn auf die Feuerwehrzufahrt hin. Volker B. müsse mit einem Bußgeld und einer Verwaltungsgebühr für das Abschleppen rechnen. Da nützt nichts, dass er sagt, er habe bloß kurz trainieren wollen. Nach längerer Diskussion lässt er sich die Adresse des Abschleppdienstes geben und fährt mit dem Bus dorthin. Auf dem Parkplatz des Abschleppdienstes erlebt Volker B. die nächste Überraschung. Der Inhaber gibt ihm das Auto nur heraus, wenn Volker B. sofort die Abschleppkosten von 220 Euro bezahlt. Volker B. bekommt einen Wutanfall. Das sei Erpressung. Am Ende zahlt Volker B. aber doch und nimmt den Wagen mit nach Hause. Dort stellt er fest, dass das Auto an verschiedenen Stellen beschädigt ist. Ein Gutachten bestätigt, dass eine Reparatur 3000 Euro kosten würde. Volker B. schreibt einen gehanischten Brief an das Abschleppunternehmen und fordert einen Schadensersatz in Höhe von 3000 Euro. Eine Reaktion erfolgt nicht. Herr Dr. Jäger, man hört immer wieder, dass Polizei und Ordnungsbehörde falsch geparkte Fahrzeuge einfach abschlicken. Zunächst ganz allgemein gefragt, darf Polizei jedes falsch geparkte Auto abschleppen? Nein, in dieser Allgemeinheit mit Sicherheit nicht. Dann lassen Sie uns zunächst darüber sprechen, wann ein falsch geparktes Fahrzeug abgeschleppt werden darf und wann nicht. Da gibt es unterschiedliche Handhabungen. Das heißt, wir können diese Frage nicht allgemein beantworten. Wenn Sie in einer Gemeinde wohnen, wo es die Ordnungsbehörde etwas lockerer sieht, also sprich, wo die Parkraumbewirtschaftung jetzt etwas entspannter ist, können Sie mit einer großzügigeren Handhabung rechnen als in Gemeinden, wo die Parksituation sehr angespannt ist und wo die Ordnungsbehörden auch hart durchgräfen. Es kann Ihnen also sehr wohl passieren, dass Sie, wenn Sie in Ihrer Heimatgemeinde ein bestimmtes Parkverhalten haben, in einer anderen Gemeinde deswegen schon abgeschleppt werden. Aber es gibt ein paar Klassiker, die man einfach beachten muss. Man darf nicht behindernd parken. Das heißt, wenn Sie Ihr Fahrzeug so parken, dass es halt in die Straße reinragt, dann kann es abgeschleppt werden. Behindertenparkplätze sind tabu. Wenn Sie den Gehweg zuparken, wenn Sie den Radweg zuparken, wenn Sie auf einer Feuerwehreinfahrt parken, wenn Sie einen Taxistand zuparken, das sind so die Klassiker. Reicht in den von Ihnen genannten Fällen dann schon der objektive Verstoß? Oder kann sich unser Protagonist damit herausreden, dass er ja eigentlich nur trainieren wollte? Nein, also er kann sich definitiv nicht damit herausreden, weil letztendlich diese zwei Stunden, um die es hier geht, die sind zeitlich jenseits von Gut und Böse. Jedes Abschleppverhalten steht unter dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Das heißt also, die Behörde muss schon prüfen, ist das Abschleppen im konkreten Fall verhältnismäßig. Aber wenn einer einfach weg ist und dann für zwei Stunden weg ist, da muss man nicht drüber nachdenken. Würde es in unserer Situation helfen, wenn der Protagonist an seinem Auto einen Zettel angebracht hätte, auf dem die Telefonnummer steht? Nein, also nach meiner Einschätzung nein. Wenn der Ordnungsbeamte das falsch gepragte Fahrzeug findet, liegt es bis zu einem gewissen Grad in seinem Ermessen, ob er dann einem Hinweis auf einem Zettel nachgeht oder nicht. Er kann das tun, er muss das nicht tun. Das heißt, Sie sind in dieser Situation ein bisschen darauf angewiesen, ob der Mann jetzt gerade gute Laune hat oder nicht. Jetzt umgekehrt, die gut gemeinten Zettel, bin gleich zurück mit dem Smiley drauf oder sowas, sind also hochgradig gefährlich, können helfen, müssen aber nicht helfen. Was ist von dem Einwand unseres Protagonisten zu halten, dass wir schon öfters beobachtet haben, dass auf diesem Parkplatz vor einem Sportstudio andere parken, die nicht abgeschleppt worden wären? Also kurz und bündig, von diesem Einwand ist überhaupt gar nichts zu halten. Wir hatten das schon in früheren Sendungen, es gibt keine Gleichheit im Unrecht. Und wenn Sie jetzt praktisch den Volksmund nehmen, der gelegentlich sagt, wenn die das dürfen, dann darf ich das auch, dann ist bereits der Ansatzpunkt falsch, weil die dürfen das nicht, die haben auch falsch geparkt. Die sind nur nicht erwischt worden. Und von daher, also von diesem Argument ist gar nichts zu halten. Können wir im Sinn eines Zwischenergebnisses festhalten, dass die Abschleppmaßnahme des Ordnungsamtes in unserem Fall rechtmäßig war? Also da würde ich sehr eindeutig sagen, ja, wir haben hier den Klassiker, das Zuparken einer Feuerwehrzufahrt. Wir haben zwei Stunden zeitlich jenseits von Gut und Böse. Also hier wird kein Weg dran vorbeiführen. Was ist von den insgesamt entstandenen Kosten zu halten? Muss der Fahrer alle tragen? Ja, also wir haben da das ganze Spektrum offen. Es geht mal los mit dem reinen Bußgeld für den Parkverstoß. Das kommt je nach Intensität und Länge in unterschiedlicher Höhe auf den Fahrer zu. Wir haben dann in den meisten Bundesländern eine Verwaltungsgebühr für die Anordnung des Abschleppens, größenordnungsmäßig 50 bis 60 Euro. Wir haben dann die privaten Kosten, die man hat fürs Telefon, für das Taxi, dass man wieder zu seinem Auto kommt. Und wir haben dann die reinen Abschleppkosten, die entstehen entweder direkt beim Abschlepper oder aber die in manchen Bundesländern auch direkt von der Behörde jetzt erhoben werden. Und was noch dazu kommt, wenn Sie das Pech haben, dass Sie am Freitagmittag abgeschleppt worden sind, kann es Ihnen noch passieren, dass Sie am Freitagnachmittag bei der Ordnungsbehörde niemanden mehr erreichen und dann das Wochenende ohne Auto verbringen. Das sind alles Maßnahmen und Folgen, die passieren können. Jetzt hat sich zusätzlich herausgestellt, dass das Fahrzeug beschädigt worden ist. Kriegt unser Protagonist diesen Schaden ersetzt? Im Grundsatz ja. Das heißt also, Abschleppen muss auch so erfolgen, dass das Fahrzeug nicht beschädigt wird. Und wenn das Fahrzeug beschädigt wird, dann gibt es einen Schadensersatzanspruch. In unserem Einleitungsfall wird unser Protagonist aber das nicht unerhebliche Problem haben, dass er mit dem Fahrzeug ohne es zu kontrollieren vom Hof gefahren ist und deswegen mit sehr großer Sicherheit den Nachweis nicht wird führen können, dass das Fahrzeug auch gerade beim Abschleppen beschädigt worden ist. Aber wenn er diesen Nachweis führen kann, dann bekommt er auch Schadensersatz. Das heißt, er kriegt dann doch noch seine kleine Rache gegenüber dem Abschleppunternehmer? Nein, auch das nicht. Weil der Abschlepper, der wird in den Fällen, in denen er auf Anordnung des Ordnungsamtes tätig wird, Juristen sagen dazu, hoheitlich tätig. Das heißt also, die Maßnahme geht nicht von dem Abschlepper aus, das ist kein privater Vertrag, sondern es ist eine hoheitliche Maßnahme. Das heißt, dieser Schadensersatzanspruch richtet sich dann nicht gegen das Abschleppunternehmen, sondern das richtet sich gegen die Gemeinde, die den Abschleppvorgang angeordnet hat. Abschließend betrachtet, Herr Dr. Egger, was ist unseren Zuschauern im Zusammenhang mit Falschparken zu empfehlen? Erstens, ich möchte nicht moralisieren, aber das Beste ist natürlich, Sie lassen sich nicht abschleppen und parken ordentlich, aber das hilft im konkreten Fall nicht weiter. Wenn es Sie erwischt hat, dann gibt es mehrere Grundsätze, die Sie beachten müssen. Der erste Grundsatz ist, bewahren Sie die Ruhe. Diejenigen Fälle, die dann nachher, weil ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes oder des Abschleppunternehmens dann beleidigt worden sind, dann noch vor den Strafrichter kommen und dann Folgen haben, die überhaupt gar niemand will, sind nicht selten, einfach weil die Emotionen in diesen Momenten sehr hoch gehen. Das heißt, halten Sie sich unter Kontrolle. Der zweite Punkt ist, wenn Sie wirklich Zweifel daran haben, ob die Abschleppmaßnahme rechtmäßig war, lassen Sie sich beraten. Sie kriegen das im Regelfall nicht alleine hin. Und der dritte Punkt ist, wenn Sie dann soweit sind, dass Sie Ihr Fahrzeug abholen beim Abschleppunternehmen, dann fahren Sie nicht einfach vom Hof, sondern kontrollieren Sie Ihr Fahrzeug auf sichtbare Schäden und machen Sie diese Schäden sofort geltend. Sie werden sonst, wenn es um Schadensersatz geht, mit sehr großer Sicherheit das Nachsehen haben. Und viel mehr kann man Ihnen in dieser Situation leider nicht raten. Vielen Dank, Herr Dr. Jäger. Gerne. Liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, nehmen Sie sich einfach die Zeit, korrekt zu parken, denn es sind tatsächlich auch die Zeiten vorbei, wo Knöllchen mitunter billiger waren als Parkgebühren. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Forum recht wieder nächsten Dienstag. Ich freue mich auf Sie. Danke für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020